Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Start! Jawohl und los geht's dir an! Wenn du sie hast, dann fällt sie dir meist gar nicht auf. Wenn du sie nicht hast, dann geht so einiges schief. Dann treffen wir falsche Entscheidungen. Dann sinkt unsere Aufmerksamkeit. Ja, dann machen wir Dinge, die nicht gut sind. Und das können wir im Sport, insbesondere im Wettkampf, natürlich nicht gebrauchen. Und deshalb geht es genau darum heute. Und das Zauberwort heißt Konzentration. Ich bin Christian Jerschke und in dem Heukenblog geht's genau darum, was kannst du tun, um deine Konzentration zu stärken. Ja, und eigentlich wollte ich das Video schon gestern drehen. Aber dann hat mich, ja, die Leidenschaft gepackt. Und ich habe mich tatsächlich angemeldet zu meinem ersten Skilanglauf-Wettbewerb. Hier in meiner alten Heimat. Ich fahre hier schon seit ich vier Jahre alt bin Ski. Habe aber noch nie an einem Wettbewerb teilgenommen. Ja, und gestern kam die Leidenschaft durch. Und ich habe gesagt, okay, dann meldest du dich halt spontan an. Und dann habe ich gestern dann auch die 15 Kilometer Freistil absolviert. Und ich muss sagen, das war ein super Fun-Event. Und ich habe mich hier nachgefragt, warum hast du das nicht schon all die Jahre gemacht? Also das wird definitiv nicht mein letzter Skilanglauf-Wettbewerb gewesen sein. Also da werde ich auf jeden Fall noch einige weitere dranhängen. Ja, und heute ist eben der zweite Tag hier beim Rennsteiglauf in Oberhof in Thüringen. Und da geht es heute über die 15 und 30 Kilometer Strecke im klassischen Stil an den Start. Gestern, wie gesagt, waren die 15 Kilometer im Freistil, also Skating. Und heute geht es eben über die etwas längere Strecke. Über 300 Teilnehmer sind am Start. Ja, und bei so einem Massenstart, da braucht es natürlich auch Konzentration. Denn da können schon viele Sachen schiefgehen beim Start. So war es auch gestern. Da sind also schon nach den, ja, nach den ersten 10, 15 Meter gab es dann also schon das Gehakele und die ersten Stürze. Und da ist es natürlich wichtig, sich da rauszuhalten, konzentriert zu bleiben, genau zu beobachten, wo ist der Vordermann, der links neben einem, rechts neben einem, um dann eben in dieser Phase gut durchzukommen, sodass man nicht schon am Start sozusagen mit einem Rückstand auf die eigentliche Strecke geht. Mir ist das ganz gut gelungen gestern, andere nicht. Und das möchte ich mal so ein bisschen als, ja, anders nehmen, das Thema Konzentration in den Vordergrund zu stellen heute. Denn das kannst du trainieren. Dafür gibt es Übungen. Und da möchte ich heute einfach mal ein paar Beispiele dazu geben, wie du deine Konzentration trainieren kannst. Ja, ein anderes Beispiel für das Thema Konzentration, was passieren kann, wenn man sie nicht hat, ist im Biathlon. Hier hinter mir seht ihr dann auch im Skistadion in der Arena in Oberhof die Zielscheiben, auf die im Weltcup dann auch die Biathleten ihre Kugeln abfeuern. Und da gibt es ein Phänomen, das manchmal vorkommt. Das nennt sich Crossfire. Das heißt, ein Biathlet, eine Biathletin schießt auf die Scheibe des Nachbarn anstelle auf die eigene. Das darf natürlich nicht passieren. Ja, gerade das passiert aber auch manchmal Spitzenathleten. Vor einigen Wochen ist das zum Beispiel Franziska Hildebrandt passiert in Novo Mesto beim Weltcup. Genau dort ist es vor ein paar Jahren auch Magdalena Neuner passiert. Und das kann natürlich auch in anderen Sportarten passieren. Im Triathlon gibt es das Phänomen in der Wechselzone. Findet man seinen Beutel nicht, findet man seine Sache nicht, obwohl sie eigentlich genau am richtigen Platz liegen. Das liegt dann eben auch an der mangelnden Konzentration. Und genau das ist die gute Nachricht. Das kannst du schulen. Dafür gibt es viele Techniken, viele Übungen, die du leicht in den Alltag einbauen kannst. Ein einfaches Beispiel ist das Zähneputzen. Ja, nimm doch einfach mal die Zahnbürste in die andere Hand und putze dir die Zähne. Wenn du willst, stell dich dazu noch auf ein Bein. Natürlich kannst du es auch ein bisschen mit mehr Fun noch machen. Da gibt es zum Beispiel so Dinge wie ein Wackelbrett, auf dem du üben kannst zu balancieren. Manche setzen sich auch ein Balance-Ei auf den Kopf tatsächlich. Klingt lustig, ist auch lustig, aber schuld definitiv das Gleichgewicht und damit dann auch die Konzentration. Anderes beliebtes Beispiel ist das Jonglieren. Das hilft auch. Und ja, natürlich für die Leute, die sagen, ich will das lieber ein bisschen technischer, ein bisschen digitaler haben. Ja, es gibt auch Apps dafür. Eine davon heißt Touch the Numbers. Gibt es bestimmt eine Menge mehr. Schau einfach mal nach. Probier es aus. Bau mal ein paar Geschicklichkeits-, Koordinations- oder Gleichgewichtsübungen in deinen Alltag ein. Du wirst sehen, damit kannst du deine Konzentration trainieren. Und du wirst es dir selbst ganz sicher danken im entscheidenden Moment, wenn du sie brauchst. Ja, und ich begebe mich jetzt auch mal wieder in die Läupe. Heute steht ein ganz gemütliches Programm auf dem Plan. Einfach mal klassisch laufen. So anderthalb Stunden. Und ja, zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, falls du den Inhalt des Blogs wertvoll fandest, dann würde ich mich freuen, wenn du den Facebook-Like-Button anklickst, den Blog mit anderen teilst. Wenn du das Video irgendwo anders gesehen hast, als auf meiner Website atletsmind.de, dann empfehle ich dir, schau doch auf jeden Fall da mal vorbei. Da findest du viele weitere kostenlose Inhalte, Videos rund um das Thema Mentaltraining. Und ja, bis dahin wünsche ich dir einfach viel Erfolg im Training und im Wettkampf. Paak Rappel Paak Rappel Paak Rappel Paak Rappel Paak Rappel Paak Rappel Saajła Phrasche